Das hier sind die fünf gruseligsten Obbys in ganz Roblox und die werden wir heute bis zum Ende spielen. Guck mal, wo wir sind. Ich komme hier gerade aus der Spielzeugfabrik. Wir sind die einzigen beiden Wärter, die noch über sind, Broxo. Oh Gott. Ja, Mr. Funny ist so ein irgendwie, sowas wie Poppy Playtime, Huggy Wuggy mäßig, aber durchgedreht. Oh Gott, was? Hörst du das? Ja. Hier drinnen im Raum. Was machst du denn da? Okay, okay, warte mal, warte mal. Wir müssen irgendwas finden, damit wir den Raum aufmachen können. Irgendwelchen, so ein Powerschalter. Ey, da haut ja jemand richtig doll gegen. Warte mal, da ist ein Motier hinten. Hier, hier, guck mal, hier kann man rein ins Büro. Siehst du das? Hier sind ja die Mitarbeiter. Ja, okay, Taschenlampe raus, Taschenlampe raus. Okay, Taschenlampe ist draußen. Es ist sehr, sehr dunkel. Ah, hier ist der Stromschalter. Guck mal. Den leg, ich leg den mal um hier, okay? Okay, leg den mal um. Hast du? Okay, okay, passt. Der Strom ist wieder an. Hast du das gerade auch gehört? Ich hab hier, ich, ich hab hier gerade... Ja, da war gerade so ein Lachen oder so, ne? Ja, da war gerade so ein Lachen oder so was. Ich hab das halt, das auch und auf die Schritte, die... Mr. Fanny ist weg! Was? Mr. Fanny Dummy! Oh Gott, wir müssen ihn finden. Wir müssen ihn finden, bevor es Tag wird. Äh, okay, okay. Hallo, der war doch gerade hier. Guck mal hier. Er ist dran, oder nicht? Ja, der hing da fest. Hier sind so Spuren. Die sind so Spuren, ja, guck mal. Okay, warte mal, warte mal, der muss hier... Wow, der ist hier irgendwo rechts rein! Okay, der muss hier auf jeden Fall irgendwo sein. Der muss auf jeden Fall hier irgendwo rumlaufen. Ja, okay. Warte mal, warte mal, hier erstmal... Oh Gott, rüber hier! Oh, rüber über diese Teile, die sind echt so fahrlich. Ja, ich kenn mich ja ein bisschen aus... Hat die hier irgendwo sein, oder was? Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger hier Nachtwärter und hab den schon ein paar Mal gesehen, aber dass der hier so abhaut, das kann ich nicht glauben. Macht er das öfter, oder was haut er immer so ab, oder? Ja, der ab und zu dreht ab und zu ein bisschen durch hier. Oh Gott, okay. Das ist auch unglaublich. Okay, schnell! Okay, haben wir, haben wir, alles gut. Was ist jetzt hier oben? Also, pass auf, ich erklär dir das ein bisschen, genau. Und zwar hat der, der hat so verschiedene Level, die wir bewerkstelligen müssen. Die sind alle ziemlich, ziemlich schwer. Bedeutet, wir müssen die sozusagen schaffen, um Mr. Funny später zu finden und wieder nach Hause zu bringen. Ja, okay, okay. Wir fangen einfach mal an hier. Ich glaube, das ist hier... Oh! Okay, hol die Lampe raus, hol die Lampe raus. Die Lichter sind aus. Okay, hab ich, hab ich, hab ich. Also, das ist auf jeden Fall ein Labyrinth und ich glaube, hier irgendwo läuft hier so eine Puppe. Oder kann sein, dass der das auch ist. Kann sein, dass hier Mr. Funny... Er läuft hier einfach rum, oder was? Hm, ich weiß es nicht genau. Ich könnte es mir... Oh, hinter dir! Dreh dich mal rum! Oh Gott! Lauf! Das geht ja ganz komisch! Lauf! Hilfe, Kaspar! Ich laufe, ich laufe um mein Leben. Ich laufe um mein Leben jetzt hier. Kaspar, Hilfe, nein! Schaffst du das, schaffst du das? Alles ganz nah dran! Ich weiß nicht, wo ich lang muss, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ja, ich weiß, ich weiß. Bitte lass mich, Mr. Funny Dummy! Ah, ich bin so nah dran! Mr. Funny Dummy, bitte lass mich! Hier, Ausgang, Ausgang, hier, hier! Ausgang, Ausgang, Ausgang! Hier, Exit! Schnell! Ah, ist richtig! Wohoho! Alter! Alter! Erstmal zur Kraft kommen! Alter, da kam der auf einmal hinter uns und wollte uns auffuttern oder sowas. Ja, ja, richtig. Nein! Hier, die Walzen! Okay, nicht in die Walzen! Ah! 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 Oh Gott! Stimmt, aber das ist Squid Game da hinten, glaube ich. Das sieht doch aus wie das Squid Game! Red Glide, Green Glide! Herrlich! Hier, guck mal! Haben wir jemanden zusammen, oder was? Ja, mit Mr. Funny Dummy als Puppe! Oh oh! Okay, okay! Komm, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin! Oh! Oh, was? Hä? Ich hab den gar nicht, ich hab gar nicht, bin gar nicht gelaufen! Der hat sich direkt umgedreht! Jetzt lauf um dein Leben! Lauf, 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 lauf! Nein! Er hat mich gesehen! Verdammt! Eine Sekunde zu lang! Lauf, 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 lauf! Gott, oh Gott! Nicht mehr viel! Nicht mehr viel! Das ist Kaspar! Jetzt! Ein letztes Mal bleib ich noch stehen! Oh mein Gott, das war richtig knapp! Ja, ja! Und? Jetzt! Ich hab's! Ja, alter! Alles gut, alles gut, okay! Okay, ich bin mal drauf und? Ich drauf hier! Oh, ja, 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 ja! Oh Gott! Hä? Hä? Sonsten kaputt! Ich hab's drauf, ich hab nur drauf, ich hab nur drauf gedrückt! Fällt den so nenne ich hoch, oder was? Nee, nee, hier oben, hier oben! Hier auf, ja! Okay, oh, wir wissen! Was ist denn hier? Was ist das spielspielen? Okay! Guck mal hier, Mr. Funny Noch 8 Sekunden, dann geht's hier los Okay, ich glaube, ja, ich glaube Der wird jetzt gleich hier die Blöcke Ja, okay, pass auf, wir haben jetzt 10 Sekunden Zeit Uns zu verstecken, der wird jetzt gleich als Roboter kommen und uns Auffressen wollen, oh nein Wir können die Blöcke hochgehen, wir können die Blöcke hoch Geh so hoch, du kannst, schnell Geh so hoch, nein, verdammt Eine Sekunde noch Nein, der findet nicht da Der kommt, der wird mich niemals finden Ich bin hier oben, ich bin hier oben, ich bin safe Ehrlich? Ich bin ganz oben Ich bin ganz oben Oh Gott, 30 Sekunden überleben Was gab es du? Der baut sich da durch, der baut sich da durch Oh nein Oh nein, ich ziehe auch durch, komm Oh Gott, der kommt, der kommt Der kommt Nein, er hat dich Der hat mich platt gemacht, warum hat er mich denn verfolgt? Oh Gott, bei mir kommt der auch Das war noch ein anderer, ein unsichtbarer Bei dir Oh Gott, 6 Sekunden noch Das schaffe ich 5 Sekunden Das schaffe ich easy Easy Ich hab's nicht Ich hab's Ich hab's Oh mein Gott Ich muss schon wieder schnell irgendwo hin Okay, ich warte hier auf dich, Brock So, ich warte hier Hier ist so ein Lager Oh Gott, ich hab ein schlechtes Gefühl Das ist ein dunkler Lagerraum hier Oh Gott, hier werden die Spielzeuge gelagert Weißt du? Bevor die verkauft Und die Richter sind aus Oh 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 nein Nein, warum Nein Nein Mr. Fanny Schon wieder Ich seh's schon wieder hier Ich muss laufen um mein Leben Hier lang Sackgasse Sackgasse Oh mein Gott Nein Nein Ich bin aus dem Haus Nein, bitte Ich muss es Ich lauf hier um mein Leben gerade Das war rechts Das war rechts Wie hab ich das direkt geschafft? Oh mein Gott Das war direkt hinter mir Ich seh's Ich hab's auch Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, das war ja gerade mega knapp Hey, sag mal Guck mal hier Oh, hier der Gabelstab lag Ach, damit können wir fahren Ah Ja, können wir das? Kannst du auch mit meinen Hä? Wow, der ist voll schnell Hä? Wo ist meiner? Da ist einer Okay, komm Okay, und losfahren Wow Yeah Wow Nicht vom Gas gehen Nicht vom Gas gehen Alter Okay, und los Wow Und rüber, rüber, rüber Und Pass auf Alter, der hat voll den Salto gemacht Okay, schön langsam Schön langsam Oh Gott Vollgas Vollgas Was passiert hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Hier die Kurve Oh mein Gott, die geht echt am Nies ab, ne? Hier rüber Und Und Oh Haben wir auch Sehr schön hier lang Oh Oh Gott Oh Oh Gott Oh Gott Aber sieht gut aus Alter, der macht voll den Salto Gefühlt hier Oh mein Gott Oh 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 Sehr cool Wir haben es Okay, sehr gut Sind wir gerade im Kommen? Alter Ne, 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 ne Noch nicht Aber erstmal aus dem Aus diesem Lava Raum Auf jeden Fall Oh nein, das vierte Spiel Oh nein Das kenne ich auch Da müssen wir wie bei Super Mario von der Seite Guck mal Oh Oh Gott Was? Da bist du Okay Ey, ich kann ja von hoch springen Ja, das hier war Super Mario Guck mal hier Und jetzt schnell Oh Gott Da kommt der Da kommt der Da kommt der Schnell Du musst irgendwelche Blöcke Du musst irgendwelche Blöcke von oben Hier jetzt die Bombe Die Bombe Bam Oh Okay Sehr gut Da kommt der wieder Er ist schon wieder Ey Nein Wolltest du getroffen Ey, ich bin aufs Ding rauf Oh nein, das darfst Du musst rüber springen Und Ja, bin ich aber Da kam direkt eine Röhre Oh Gott, oh Gott Da musst du aufpassen Oh, ich hab's Okay, sehr gut Ich hab's Ich hab's alles gut Alles gut Oh mein Gott Oh mein Gott Ich weiß ja auch Ich kann nämlich eben genau dann Als ich raufgesprungen bin Alter, ja, ungünstig Aber Moment Ich hoffe, du schaffst das gleich Jetzt musst du ein bisschen Die Augen aufmachen Weil hier ist es sehr dunklig Und hier Dunkel und hier ist so rostig Oh, da darf ich nicht irgendwie ausrutschen Und sowas Nee, 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 nee Oh Gott Ich hoffe, das knackt hier nicht Oh Gott Ein gezielter Oh mein Gott Du springst vorbei Hä? Du hättest doch nur gezielt springen müssen Siehst du hier die Mr. Funny Puppen im Wasser? Die darfst du nicht berühren Ich sag's doch gerade Die darfst du nicht berühren Okay, also Komm Jetzt ganz vorsichtig Die berührst du richtig leicht Also musst du echt aufpassen Okay, okay, okay Hier lang Hier lang Oh Gott, oh Gott Okay, ich bin ausgewichen Okay, haben wir, haben wir Die Leiter schnell hoch hier Komm Los Schnell Mr. Funny Hole Oh, hier jetzt Und Oh, oh mein Gott Okay, oh nein Es geht gerade los Wir hätten's gerade Oh mein Gott Und zwar ist das hier So, hier werden Nach und nach Okay, wir müssen warten Wir müssen warten Wir werden nach und nach Wir werden nach und nach Die Plattformen weggehen sozusagen Das heißt, wir müssen immer Auf die richtigen Plattformen stehen Ey, es geht los Es geht los Es geht los Es geht los Schnell Schnell, schnell, schnell Okay, und rauf hier Rauf hier auf die Plattform Oh, schnell Irgendwo hin, irgendwo hin Die werden jetzt gleich weggehen Du siehst, wann die explodieren Okay, und los Oh Gott Immer schön laufen Das werden Irgendwann sind es nur noch Richtig wenige Die über sind Aha Hier Oha, ich seh's gerade Richtig viel auf einmal weg Immer schön eine Runde drehen Immer schön eine Runde drehen Ja Hier lang Okay Okay Das wird irgendwann richtig, richtig schwer Jetzt zum Beispiel Oha Oha Nein Oh Gott, nein Was? Oh Gott Ich bin hier auf Decke Ich bin hier auf Decke Oh, nein Hä? Jetzt schnell, jetzt schnell Schnell, lauf Wir haben es geschafft Alter, das war gerade Ey, das war gerade richtig knapp Alter, du warst nur noch Auf einer Plattform, ne? Okay Und jetzt rein hier In die Bimmelbahn Und los Ja, in die Bimmelbahn Ansteuer Und los Ich drück drauf Ich drück drauf Und Drei Zwei Eins Abfahrt Ey, jetzt muss ich drei Sekunden warten Hä? Kannst du nicht Ich bin im Zug drin Ja, sehr gut Bleib einfach drin Bleib einfach drin Sehr schön Oh Gott Ich fahre hier vorne Oh Gott, siehst du, wo wir hinfahren? Siehst du, wie schnell wir werden? Alter, wo fahren wir drüben? Ich habe irgendwie keine Kontrolle mehr über das Gas Was machst du denn? Nicht so schnell Ich habe keine Kontrolle mehr über das Gas irgendwie Nicht so schnell, Kasper Was machst du denn? Halte, halte Liebe Passagiere Bitte halten Sie sich gut fest Kasper, was machst du? Ich habe keine Kontrolle mehr über das Gas Das ist Mr. Falligali Nein 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 Oh Gott Oh Gott Hä? Lebst du noch? Bitte Ich hänge fest Ich bin tot Ich bin draufgegangen Ich bin draufgegangen Ich muss noch mal fahren Und rein in den Topf Die soll bitte überleben Die soll bitte überleben Nicht festhängen Nicht festhängen Ey, weißt du Ich habe jetzt erst gerade gesehen Vorne am Zug Ich bin hier Ich bin hier Siehst du mich? Oh Gott Hier Vorne am Zug Siehst du das hier? Das hier sind Mr. Funny Dummies Augen und Gesicht Das heißt, der Zug war verflucht Ja, das haben wir gar nicht gesehen Oha Oh was Finale Spiel Was? Ich glaube, da ist Mr. Funny Dummies jetzt Ich glaube, den müssen wir jetzt hier bekämpfen Da unten Okay, komm Alter, was? Einfach rein hier Und wir haben eine Bazooka Wir haben eine Bazooka Oha Wo bin ich denn? Schieß Schieß Hilfe, seine Beinchen Auf die Beine Auf die Beine Dann läuft der nicht mehr Dann kann er nicht mehr laufen Schnell Ey, der geht nur auf mich Ey, der geht nur auf mich Der geht nur auf mich Ich bin tot Hä, der ist nur auf mich gegangen Jetzt aber Jetzt habe ich Zeit Jetzt habe ich Zeit Immer schön draufzielen Immer schön draufzielen Ja, kaputt Noch zwei Beine hat er bei mir Oh mein Gott Der hat bei mir noch ein Bein, Kasper Immer schön draufzielen Immer schön draufzielen Immer schön draufzielen Rakete, Rakete, Rakete Hier jetzt so Okay, ich schieße die ganze Zeit drauf Mach das, mach das Ah Hier, nochmal das Bein Nochmal das Bein Bei mir hat er jetzt auch gleich nur noch ein Bein Ja, komm schon Komm schon Komm schon Er ist fast tot bei mir Komm schon Ja Bei mir ist er tot Ich bin fast draufgegangen Oh mein Gott Ich auch, ich auch Haben wir den gleichen? Ich weiß es nicht genau Ich glaube, wir hatten den gleichen Bei mir ist er genau zeitgleich gestorben gerade Ey, was? Ich hab einmal nur noch Ich hab einen Millimeter Leben Ich auch Ich auch Ich auch Okay, aber Wir haben es geschafft, Brockso Wir haben es geschafft Haben Funny Dummy gekillt Let's go Guck mal hier Guck mal hier Guck dir mal diesen komischen Werter da vorne an Ich will nicht im Ge... Hat der gerade gepupst? Ja, der pupst da die ganze Zeit Alter, voll eklig Ich will nicht im Gefängnis sitzen Ich will hier raus Lass uns hier einfach ausbrechen, okay? Lass uns hier einfach ausbrechen, ja? Ja, okay, okay In Ordnung, in Ordnung Zeig mal hier oben Aus dem doofen Gefängnis Ja, wir müssen anscheinend Nämlich sieht er uns nicht, ne? Aber nicht, dass er uns jetzt sieht hier Drück mal drauf hier Okay, mach auf Vorsichtig, ne? Lauf ganz hoch Oh, wir müssen hier Okay Drück drauf, drück drauf, drück drauf Bam, aufgemacht Sehr gut, okay Sehr gut Oh, wo soll wir denn jetzt hier hin? Oh Gott, pass auf! Was ist mit dem da passiert gerade? Hä? Lauf, weiter springen hier Der ist nicht so gut gesprungen, glaube ich, oder? Glaube ich auch Glaube ich auch Der ist ausgerutscht oder sowas Hier lang, okay Ja, glaube ich auch Oh, hier kommen wir den Knoppen Oh, bei uns sind Spikes Oh, Mann, du hast mich geblockt, ey Hab ich gar nicht Natürlich, pass doch mal ein bisschen auf da Ach, Mann Gleiche Stelle Ich habe dich geblockt Okay, sehr gut Dann, weiter Komm, lass uns hier schnell Was machst du denn da? Ich habe den anderen geheimen Weg entdeckt Ja, ich merke das hier dann lang Oh, pass auf, da ist der dick gerade hinten Pass auf Denkst du, der kann überhaupt laufen? Also riecht du sprinten? Ja, ich meine, der sieht in uns halt nur Bürger, ne? Oh, Gott Oh, nein Pass auf, der kommt doch Oh, mein Gott Ey, wieso geht der nur auf mich? Wieso geht der nur auf mich? Lege doch auf mich Oh, mein Gott, ich glaube, ich muss da über den Knopf drücken oder sowas Der verfallt mich Oh, der unkorrekte Der unkorrekte Hier ist ein Knopf hier Und ja, ich drück drauf Was passiert? Oh, ich habe aufgedrückt Und jetzt? Ist da irgendeine Zellentür aufgegangen? Ich glaube, ja Nein, ich musste noch drauf drücken Oh Ab, du blöder Nein, Mann, nein, oh Gott Okay, die Lauf Nein, nein, nein Lauf, 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 lauf Ich weiß Beeil dich Bei dir auch Oh, Gott, oh, Gott Okay So, pass auf Ach, Mann, ich fall schon wieder runter Ich bin zu schlecht, ey Was ist denn los bei dir? Mann, ich weiß auch nicht, was hier heute los ist So, jetzt aber, komm schon So, ich kann jetzt hier aber rüber gehen, ne? Und dann kann ich hier Ja Durchs Tor gehen Durchs Tor gehen Und Sprung So, habe ich Ja Komm, pass auf, da ist eine Kamera, ne? Die werden sehen, dass wir jetzt gerade ausbrechen Oh, nein, 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 nein Oh, Gott, oh, Gott Schnell weg, schnell weg, schnell weg Sehr gut Lauf, lauf, lauf So schnell Ab hier, weg hier, wirklich Alter, ich mag das ja gar nicht hier Oh, oh, Gott, oh, Gott Und jetzt? Die Duschräume Okay, und hier, guck mal Hier läuft irgendjemand rum Oh, hier ist ein Loch Was ist denn hier noch? Voll gekackt Weg hier Mach zu, mach zu Okay, lass uns doch durchgehen Alter Hey Jetzt sind wir hier in so einer Lava-Welt Hey Ich bin auf dir drauf Hello Okay Ich bin Du blockst mich die ganze Zeit Die Lava-Welt Hey, hau ab Hey, Mann, ey Wow, wow, Alter Du Turner, du Turner Du Turner Wir müssen zusammenarbeiten Wir brechen hier aus Hey, was ist das hier? So, okay, okay Nicht runterfallen hier Nicht runterfallen Hey Ach, Mann, oh Ich hab gesehen, dass das morsch ist Oh mein Gott Ich glaub's nicht Alter, da hast du das einfach mit Absicht kaputt gemacht für mich hier So, jetzt aber Ich will wieder zurückgehen Wollang am besten? Ja, wie, wo lagen? Wir müssen in dieses Teufelsgesicht rein. Wow, so ein Tempel ist das hier. Spikes. Hast du es gesehen? Habe ich gesehen, ja? Oh Gott, oh Gott. Lauf! Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, lauf schnell zum nächsten nach rechts, nach rechts, nach rechts. Schnell, bleib dich. Schaffe ich auch zum nächsten? Nein, schaffst du nicht. Nein, okay, ich lasse es. Oh mein Gott, du wärst so draufgegangen. Hä? Hä, wieso bist du draufgegangen? Ich bin einfach gestorben. Wieso das denn? So, komm schon. Lauf, 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 lauf. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Also. Oh nein. Was sehe ich da schon wieder? Aber mit so einem komischen... Sein Helm ist viel zu eng. Der ist viel zu klein, ne? Oh nein. Lauf. Lauf um dein Leben. Lauf hier. Oh Gott. Was ist denn hier los? Seilzug. Aktiviert. Ich habe irgendwas gemacht beim Seilzug. Hier vorne aufgemacht. Lol, ja, sehr gut. Und jetzt? Wow, er hat schon wieder gekackt da gerade. Alter. Ich weiß, ich weiß. Ey. Der kackt da rum die ganze Zeit. Ich weiß, du blockst mich. Wow. Wow. Okay, habe ich gesehen. Die Treppen werden immer enger. Ja, schaffst du es auch hier sehr gut. Hier können wir nicht durch, ne? Okay, dann müssen wir da rein. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir müssen hier vorne lagen. Hier, guck mal. Lol. Was ist das denn? Wow. Hä? Respawn? Hä? Was war denn das jetzt gerade? Das war eine Attrappe. Was? Hä? Nein. Was? Wie soll man, wo soll man denn? Ach, hier den Hebel. Oh mein Gott, wir sind so schlecht. Oh mein Gott, wir sind so schlecht. Wir hätten hochfahren müssen. Raus hier. Security Training. Jetzt sind wir zurück im Gymnast hier, ne? Lass mal hier an den Knopf drauf drücken. Mal gucken, was hier passiert. Ja, was kriegen wir hier? Irgendein Energy Drink. Lecker. Wow. Wow. Und Jappa. Ey. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schön, spring hier. Oh mein Gott, spring so schnell, wie du kannst. Und Sucker. Yeah. Alter, das ist doch voll heftig hier. Oh mein Gott, wir sind so schnell. Oh Gott, oh Gott. Wir sind übertrieben schnell. Oh mein Gott. Wow. Wow. Ja. Okay, es sieht gut aus. Nein, beim Letzten. Beim Letzten. Oh mein Gott, was war das denn? Okay, so, hier rüber. Und siehst du mich schon? Ja, dein bist du. Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Alter. Das war ja gerade mega knapp. Das war richtig knapp auch mal gerade. Das war echt mega knapp. Alter, du rübst dich auch noch rum hier. Lass uns hier nach oben gehen, jetzt hier ein bisschen rumklettern. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay. Wo geht es hier hin? Aufenthaltsraum oder was? Das ist hier, glaube ich, so ein Lagerraum. Oh nein, diesmal falle ich da nicht drauf rein, Respawn. Ich auch nicht. Also wir werden hier nicht mehr Respawn. Nee, 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 da ist das hier eine Attrappe. Komm, wir haben hier wieder zu, hier die Tür. Und hier kann man so mit den Leuten telefonieren anscheinend. Oh, mit dem Anwalt habe ich hier letztens erst geredet. Der soll mich rausholen. Alter, was? Finde eine Leiter. Ah, lol. Okay. Ich bin noch gar nicht in dem Lagerraum drin. Wir haben noch mal gesehen. Stimmt, 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 stimmt. Hier? Da steht doch auch eine hier vorne. Wieso haben wir die nicht gesehen? Ey, wir sind so blind. Alter, ich nehme die erst mal mit hier. So. Ich auch. Alter, die ist ganz schön schwer, ne? Die ist echt voll schwer. Ich weiß, ich weiß. Und hier hinstellen. So, reicht das? Ja, ich glaube, das reicht. Jetzt hier hochklettern. Hochklettern und aufmachen. Ich mache auf. Ja. Warte mal. So. Ja, ich habe es geschafft. Hä, der nimmt meine Leiter die ganze Zeit immer wieder auf. Ich bin der bessere Leiterkletterer. Gar nicht. So, und? So. Ich muss da jetzt ranspringen irgendwie. Hier vorne hoch. Und zack. Ja. Ich habe es auch, Brock, so. Ja, komm nach oben, Kaspar. Sehr gut. Geh weg. Okay, so. Und jetzt? Oh Gott, was ist denn hier los? Der Ventilator. Oh nein. Pass auf. Oh nein. Oh nein, nein. Oh nein, nein. Ich will mal auf Eis laufen. Spring, 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 spring. Immer schön springen. Oh Gott, oh Gott. Oh. Und raus hier. Ja. Ja. Okay, sehr, sehr gut. Ich bin direkt hinter dir. Sehr gut. Was ist jetzt hier vorne? Hier oben, wir geben zwei Wege. Hier vorne können wir auch lang unterm roten Rad drehen. Siehst du das? Der Geheimweg oder sowas ist das. Ja, aber da kommen wir gar nicht hoch. Vielleicht, warte, vielleicht können wir leider nicht, wenn wir jetzt hier rumgehen. Ah, das kann sein. Das kann sein. Stimmt, hier rüber. Oh, pass auf. Nein. Riech die Lücke durch. Ach man, du musst doch aufpassen. Das hat man doch gesehen. Ja, ich wusste, dass ich so dünn bin. Ja, 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 in deinem Traum vielleicht. Ja, okay. Hier lang, okay. Dann einfach ganz so zack. Oh Gott, oh Gott. Hier hoch. Oh Gott, oh Gott. Und hier jetzt lang, okay. Alles ein bisschen mitnehmen jetzt hier. Ah, jetzt wollen wir das hier zudrehen. Ah, okay. Ah, okay, guck mal. Nein. Aber egal, wir wollen es von. Bist du am Anfang? Nein, nein, ich bin hier vorne direkt. So, Gott sei Dank. Ich mach zu hier. Oh Gott, zack. Mach raus die Teile. Ich hab doch schon ausgemacht. Ich glaub, du musst hier. Ich muss hier unten. Hä? Ach so. So hier unten. Ach, du musst da unten nochmal drehen? Ja, ja, damit man da vorbeikommt. Oh, was. Okay, das heißt hier. Hier. Das Ventil ausmachen. Also ich sterbe nicht, muss ich sagen. Ja, du kommst ganz gut durch heute, ne? Aber ich glaub ich auch. So, und jetzt nochmal das Ventil ausmachen. Ich hab sie alle ausgemacht, Kaspar. Okay, sehr gut. Wo war denn das dritte? Ach, da unten? Ja, ja, da muss man richtig hinrennen. Gar nicht gesehen, ne? Hier lang. Okay, jetzt sollte man eigentlich da oben langlaufen können. Ich denke, ja. Ich denke, also jetzt sollte da gar nichts mehr sein. Ja, ja. Jetzt sollte man vorbeilaufen können. Und ich glaube auch hier hoch ist auch so ein Ausgang vom Lüftungssystem. Ja, eigentlich müsste der ja nach draußen gehen, ne? Würde ich jetzt sagen. Mann, was ist denn das? So, da bin ich am Start hier. Und jetzt können wir da raus, oder was? Okay, sehr gut. So, ich hoffe, wir können jetzt hier rausgehen. Okay, dann können wir verlangen am besten. Was ist denn das jetzt hier? Was ist das? Schneesturm? Nee, ich dachte gerade schon. Nee, ich hatte auch gerade so einen Schneesturm. Wow, pass auf. Wow, 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 wow. Weiter geht's, jetzt drückt ihr den nächsten Mal rein. Oh, Mann, du hast mich geblockt schon wieder. Ich kann es nicht glauben. Ja, Karma. Karma, weil du mich blockst. Ich habe mich nicht geblockt. Natürlich, jeder hat das gesehen. Jeder hat das gesehen. Och, Mann. Ich wusste es. Wow, ja, ich schaffe es auch. Easy, was hast du denn hier? Was hast du denn hier nicht geschafft? Ja, easy, easy. Okay. So, ran hier. Mach mal Platz da. So, okay. Und jetzt fliegen. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein. Okay, hier drauf erstmal. Und jetzt? Hier rein, oder was? Ah. Das ist ein volles kompliziertes System jetzt hier gerade. Wo hier sind wir denn jetzt? Da ist der Goethe, der böse Koch. Oh nein. Der ist ja alles. Oh Gott, oh Gott. Pass auf, pass auf. Ah, Gary. Oh mein Gott. Gary, hau ab. Gary, der Chef. Wie werden die denn los? Da vorne in die Küche, in die Küche, in die Küche. Das ist die Axt, das ist eine Axt. Das ist der Bazooka, eine Food-Sooka. Alter, oh mein Gott. Okay, die kann Burger schießen wahrscheinlich oder sowas, ne? Ja, ja, der wird wahrscheinlich die ganzen Burger vom Boden aufessen. Gary, hau mal ab hier. Ja. Boah, ey, Hilfe. Schieß, 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 schieß. Gary, lass mich. Ey, der wirft mich ab mit irgendwelchen Dingen. Ja, mich auch. Ich bin langsam jetzt. Oh nein. Na, Ananas. Und ein ekliger Grünkohl. Aua, er haut mir mit seiner Pfanne. Ja, so. Und Gary, das war's mit dir. Ja. Ja. Bam. Alter, Gary ist einfach eingeschlafen. Gary ist einfach explodiert gerade. Ja, safe. Easy. Oha, ich schieß bei dir mal mit drauf da. Und sowas. Burger, Banane. Ja, komm. Hilfe. Sehr gut, der engst mich hier jetzt einfach. Ich hab ihn geholt. Oh mein Gott, er ist zu dir. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, komm, wir müssen hier vorne weiter. Hier vorne. Ja, ich komm schon. Du hast ihn richtig schnell abgeschossen. Ich bin ein Profischießer. Ja, und wow. Woppa. Wieso, ich lutschte da runter? Hä? Hello, ich bin hier rüber gerutscht. Ja, safe. Ich rutsche. Ich rutsche. Hä? Der war doch eine Mega-Rutsche. Alter. Oh mein Gott. Hä? Du weißt doch gar nicht, wo. Das saß doch auch gerade noch in der Luft. Ja. Oh mein Gott. Okay, okay. Hier vorne, hier oben nochmal lang. Okay, dann lasst du hier hochklettern. Ausgang. Die Ausgang. Oh, hier vorn ist der Ausgang. Guck mal. Oh mein Gott. Und jetzt? Hier vorne lang, oder was? Wow. Oh mein Gott, guck nach oben. Die Laser. Wo denn? Guck nach oben. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, was klappt gerade? Hier. Vorsichtig. Einfach hier an der Seite laufen. Oh mein Gott. Letzter, 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 letzter. Ja, hab ich. Okay, sehr gut. Und jetzt? Okay. Hier drauf. Sehr schön. Ich hab's. Wo muss man hin gleich? Das sag ich dir nicht. Das sag ich dir nicht. Ob du, nach rechts, nach rechts. Falsche Seite. Okay. Komm. Das ist auch geschafft. Sehr, sehr gut. Und jetzt hier? Jetzt sind wir hier draußen, oder was? Müssen wir hier oben bleiben? Ich glaube, hier kann man raus. Hier ist so ein Respawn-Knopf. Ah, wir müssen die Bretter mitnehmen. Lol. Okay. Welche? Ah, wir müssen die rüber, da? Ah, nehmen wir noch eins mal hier vorne. So, komm. Hier oben müssen wir uns noch die Bretter holen. Hast du gar nicht gesehen? Hab ich gar nicht geholt. Okay, warte. Ah. So. Und dann? Reicht das jetzt rüber da? Das reicht nicht mal rüber, ne? Ich muss hier hinlegen. Ey, das ist voll cool, wie man das jetzt da so hinlegen kann. Ach so. Und... Ach, komm schon. Ja. Zack. Ach, Mann, das ist runtergefallen. Ach, nee. Was, das ist viel zu lange. Ach, meinst du auch. Ich würde da genau hingucken, sonst bringt das gar nichts. Ich weiß, du musst es echt vorsichtig hinlegen, das Ding. Ist so. Ach, Respawn jetzt. Um die Bretter zu respawnen. Ah, reicht das hier rüber? Mann, das reicht nicht. Ich muss respawnen. Ich muss respawnen. Verdammt, du darfst. Ich mal jetzt einen Trick. Ja, das Ding ist, ich war... Entweder war ich zu nah dran. Ich glaube, ich war einfach zu nah dran. Daran muss es, glaube ich, liegen. Ich glaube, du bist einfach nur zu schlecht. Da muss man halt ein bisschen Architekt sein, ne? Ja, du darfst nicht zu nah dran gehen jetzt hier. Hä? Jetzt nehme ich das Brett einfach. Ey, du! Ey, was machst du denn? Du hast mich runtergeschoben. Selbstschuld! Ey, aber nicht so schlimm. Ich kann das Brett mitnehmen. Ich habe das Brett mit in meinen Tod genommen. Ach cool, lol, nice. Haha, ich bin drüben. Hä? Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Wieso hast du das so schnell... Hä? Das fällt die ganze Zeit runter, Mann, das blöde Brett. Und hier vorne... Ja! Okay, ich habe es auch. Sehr gut. Okay, sehr gut. Okay, okay, okay. Da hat er das Brett... Jetzt gehen wir hier durch, genau. Wow! Nein. Oh mein Gott. Hast du die Bazooka noch? Ja, ich habe sie. Schieß den! Da kommt der mega Polizeiroboter. Schieß auf die Arme. Ja, auf die Arme, auf die Arme. Okay, hier. Oh mein Gott. Lass mich! Hau ab! Ey! Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh Alter, der schießt jetzt! Alter! Der ist voll verrückt, Mann! So, erster Arm. Bam, erster Arm ist weg. Ja, ja, habe ich auch abgeschossen. Hier, zweiter Arm. Oh. Okay, hier vorne nochmal eine Ecke. So. Ja, Mann. Ich habe auch den Arm abgeschossen. Was passiert jetzt? Abgehst du blöder Barry! Barry! Stattiert. Nein! Nein! Komm mal ab hier! Ja! Was machst du denn? Ich habe ihn besiegt. So. Okay. Ich auch, ich wollte gerade schon sagen. Sehr, sehr gut. Helf dir das Leben. Okay, ich auch, ich auch. Was ist da? Ach, Quatsch! Okay, du fährst nicht das ein oder was? Okay, los geht's! Let's go! Go! Mach auf hier! Woohoo! Abfahrt! Abfahrt! Wir sind frei! Let's go! Aus dem Weg geht's hier! Mach mal Platz da! Hey, das ist voll cool! Wo fahren wir denn? Da oben! Guck mal, wir können hier links aussteigen! Guck mal! Und jetzt können wir da hochgehen! Da ist noch irgendwas da oben! Oh mein Gott! Komm, schnell! Beeil dich! Wer zuerst oben ist, hat gewonnen! Wer zuerst oben ist, hat gewonnen! Okay! Hey, oh mein Gott, du blockst mich voll schnell hoch! Oh! Oh! Nein! Ach Mann, du hast gewonnen! Ich wusste es! Verdammter Mist, ey! Ja, oh mein Gott, ich bin oben! Ich bin oben! Da blockt er mich einfach nochmal! So, hier lang! Oh! Oh Gott, Alter! So, ich komm jetzt, Mann, ey! Ich hab was gesucht! Ey, ich bin am Ziel! Ich hab's geschafft! Wie, du bist am Ziel? Yeah! Zeig mal Herder das Ziel! Ach, da oben! Cool! Juhu! Wir sind einfach ein Combrox so! Let's go! Sehr gut! Guck mal ihre Zähne an, Alter! Oh mein Gott, die sieht so eklig aus und gruselig! Miss Mary einfach! Ich weiß, Miss Mary hat uns in ihrer blöden Bibliothek einstellt! Ich hasse Bücher! Ich hasse Bücher! Ich mag sie auch gar nicht! Mann, ey! Lass mal lieber entkommen hier, ey! Ich find das gar nicht cool! Guck mal hier, diese riesen Bücher, ne? Was steht hier? Rocks ist blöd! Wow! Sie ist hinter mir! Was war denn das gerade? Kasper, sie verfolgt mich! Was war denn das auf einmal gerade? Ey, weil ich an die Bücher rangegangen bin, deswegen... Warte mal! Ich liebe Bücher! Oh nein! Ich liebe Bücher mit mir! Ich kann nicht genug von Büchern bekommen! Nö, ich auch nicht! Ich lese... Ey, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, sammelst du hier auch schön die Bücher ein, rechts und links? Ich bin eingesperrt, Kasper! Oh, ich komm... Hä? Ich auch jetzt, glaub ich! Ich hab mich doch erwischt am Ende! Ja, ich bin das... Nein! Da hab ich das Brunig mitgenommen! Du schon? Ich hab's mitgenommen, ja! Verdammt! Ich hab's mitgenommen, sehr gut! Also, Schlüssel gefunden! Ich mach auf hier! Ja, sehr gut! Okay, jetzt haben wir auch ein Schwert hier, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist denn hier in der Ecke? Da ist noch ein Buch da steht! Was steht da drauf? Brox ist blöd! Ey, das stimmt gar nicht! Das ist gar kein wichtiges Buch! Ey, was ist hier in der Zelle? Ist hier auch irgendwas drin? Kann ich aufmachen? Nein! Ne, kann ich auch machen! Anscheinend müssen wir jetzt alle Bücher finden! Wow! Was ist das? Oh mein Gott! Hilfe! Hey, wer alle zehn Bücher hat, Kaspar? Ey, der greift mich an! Da passiert was Geheimes! Okay, ich bin sehr gespannt, was... Ich bin sehr, sehr gespannt, was man da bekommt, du, ne? Ich hab schon eins von zehn. Wie viel hast du schon? Null! Ja, ich werde doch trotzdem... Ich werde doch noch eins extra finden! Oh Gott! Eins extra, sagst du? Ich bin ganz, ganz gespannt! Ja, ich werde das extra finden! Dann werden die Leute sehen, was wir dann machen können mit den zehn Büchern. Ich werde was viel krasseres aus den Büchern bekommen, als du! Nein, ich werde... Du wirst wahrscheinlich ein Buch gar nicht finden. Du wirst... Du wirst erst mal ein Deutschbuch bekommen, weil du kein Deutsch kannst. Oh, stimmt! Ey, ich kann Deutsch! Guck mal, hier steht, hilf mir! Und der ist schon geköpft worden! Ja! Oh mein Gott, mein Messer... Mein Schwert ist auch weg, sehe ich gerade! Dann müssen wir... Wir müssen jetzt hier durchgehen, ne? Irgendwie? Oh, fall hier bloß nicht runter in die Säure! Das ist diese... Ey, die ist ja so... Die Bibliothekensäure! Iiiiih! Das sind die Tränen von den ganzen Leuten, die Kummer haben in der Bibliothek! Ey, das Ding ist, die ist halt auch mega schlau, diese Miss Mary. Die weiß halt, wie man so Sachen anmischt, weil die hier solche Bücher auch verkauft und so, ne? Stimmt, Alter, du hast recht! Die hat so hoch versucht, auch so wie ärgerlich am besten Kinder hat. Die auch so Bücher, habe ich gesehen. Oh, Kaspar, oben steht, rennen, ne? Oh Gott, ich laufe schon mal los hier, komm! Ist die schon hier irgendwo? Die ist hier irgendwo! Hinter dir! Oh mein Gott! Lauf! Ist hinter mir! Ist hinter mir! Oh mein Gott, was... Nein! Zuck aus! Nein! Lauf, lauf! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin ja auch in mir ausgewichen. Zieh durch, ich bin auch ausgewichen, komm! Ich zieh auch durch, ist hier irgendwo so ein Buch? Die ist so dick, deswegen ist die so langsam. Da steht, es ist zu spät! Nein, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Sie darf uns nicht bekommen! Oh, welchen Weg, welchen Weg? Rechts! Oh Gott! Okay, hier lang, hier lang, nochmal, ja, hier ist ein Pfeil auf dem Boden! Es sieht gut aus! Es sieht sehr gut aus, es sieht sehr, sehr gut aus! Es sieht echt gut aus! Oh, die ist so schnell und dick, oh Gott! Die ist echt so schnell! Oh, jetzt lang! Nein! Das war falsch! Das war falsch! Das war falsch! Ausgewichen! Oh mein! Bist du auch ausgewichen? Ich bin auch ausgewichen, hier! Fühlst du dich schlecht oder was steht da? Hey, die ist so nah, Digger, die ist so nah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja! Ausgang! Können wir da hin? Ja! Der Fahrstuhl! Oh mein Gott, es ging gerade so in den Fahrstuhl rein! Ey, wir sind rausgekommen, sehr schön, sehr, sehr schön! Ey, aber meinst du, wir haben jetzt ein Buch vergessen da unten? Ich kann mir vorstellen, es ist irgendwo ein Slug oder so. Ey, wir, ah nein, wir werden Löcke alle finden, dann werden die Leute gleich sehen, was wir da machen können. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, hier weiter geht's. Wir werden auf jeden Fall noch später, äh, Mary werden, ne? Oh mein Gott, ja stimmt, ist Mary werden auch krass, stimmt. Oh mein Gott. Oh, jetzt komm jetzt hier. Das du wirst mit Sarian, du richtig viel liest, ne? Dann kannst du zu der werden. Da vorne ist ein Buch, Kaspar! Stimmt, ich sehe es hier! Ja, ich sehe es auch, ich sehe es auch. Eingesammelt, sehr gut. Zwei von zehn, sehr gut. Ich hab schon drei von zehn hier lang. Wir nimm bloß keine Feuersteine auf. Ey, die Feuerdornen hier, oder was sind das? Oh mein Gott, ey, da musst du echt aufpassen. Oh Gott, ey, dass du den Sprung da hoch schaffst, ne? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt hier lang. Ah, oh mein Gott! Pass auf, du hast eine Lücke! Ja, ja, du darfst auf jeden Fall. Hast du da oben noch ein Buch oder sowas? Ich weiß es nicht. Ey, diese ganzen Lavapartikel sind hier voll in die ganze Zeit. Ich kann hier gar nicht sehen, gefühlt, weil es so heiß auch nicht ist hier. Ich auch nicht, es ist so heiß. Hä, guck mal, hier ist so ein Teleportteil, so ein Teleporteingang. Oh, ich bin da auch reingefallen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist ein richtiger Weg. Wieso, doch, ist das echt gut? Hier ist ein Buch, ja, es ist der richtige Weg. Ja, noch ein drittes Buch jetzt, sehr gut. Oh mein Gott, das ist hier für mich hier, Checkpoint. Pass auf, die ganzen Lavastangen jetzt hier auch, ne? Nicht berühren! Die sind mega heiß. Oh, hier ist ein Lüftungsschacht, guck mal, da können wir rein! Okay, ich komm mit, ich komm mit. Okay, okay, komm, erstmal hier lang. Oh, jetzt lang am besten. Müsst du jetzt hier runter? Oh mein Gott, hier ist noch ein Buch! Noch ein Buch! Und hier ist noch eine andere, guck mal! Stimmt, und warte mal, können wir jetzt hier irgendwie rüberklettern irgendwo? Ne, ne? Geheimloch oder sowas, meinst du? Ich weiß nicht ganz genau. Ne, kein Geheimloch. Okay, dann haben wir schon mal das nächste Buch. Oh Gott, pass auf! Laserstrahlstangen. Oh mein Gott, nein! Ne! Ey, ey, was, ich hab dich gar nicht berührt. Sel, war schon. Ich wurde trotzdem geholt, obwohl ich dich gar nicht berührt habe. Du hast die, ich hab die auch schon wieder nicht berührt, ich bin schon wieder hier draufgegangen. Ha, ha! Hey, ich war so nah dran gerade, wir haben gelaggt. Ich zeig dir jetzt mal, wie der Pro das geht. Ey, also, ich bin schon wieder draufgegangen, ne? Ey, das ist voll am laggen, du musst voll aufpassen. Hä, ich hab's easy geschafft, guck doch. Ha, 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 ha! Oh! Was? Ist das geschehen? Oh, Alter, ich bin hier weggekommen auf einmal. Hey, das war richtig richtig knapp gerade. Und wir haben noch ein Buch gerade bekommen, ne? Ja, wo jetzt lang? Hä, guck mal. Oh nein, was passiert? Hier ist Dynamit! Hä? Können wir das aufsammeln? Guck mal, Dynamit. Oh! Ach, wir müssen dann das Dynamit total holen. Wir müssen alle einsammeln, lol. Das war jetzt das erste. Stimmt, wir müssen echt alle einsammeln. Okay, dann gehen wir mal hier vorne hin zum nächsten. Dann folgt den Pfeilen, ne? Ja, man muss zu den Pfeilen folgen, hier lang, so, hier oben. Dann können wir hier nämlich schön zu den Dynamit stangen. Bam! Nächstes Abend starten schon zwei Stunden, damit können wir die Tür gleich aufsprengen lassen, ne? Ja, ey, was ist das für eine krasse Holztür? Ja, die sieht auch richtig dick aus, dass man da echt das aufsprengen muss. Ja, dass man da so viele TNT-Stangen für braucht, ist echt heftig. Hier lang irgendwo? Ich glaube, wir brauchen nur noch das dritte davon, oder? Oder haben wir ein Buch jetzt übersehen? Überleg gerade, wenn wir jetzt ein Buch übersehen haben, ist das natürlich echt ärgerlich, ne? Ja, ja, wir gucken mal, ich denk aber nicht. Ne, sieht gut aus, sieht gut aus, ja. Und bam, die Tür ist auf! Die Tür ist auf! Oh mein Gott, guck mal, hier ist so ein alt jemaliger Safe. Oh mein Gott, guck mal, was hier steht. Geheime Bücher, hier sind einfach die Geheimbücher aus der Bibliothek. Das ist wirklich nur das für die richtig, richtig krasse. Die ganz verrückt in dem Kopf. Ja, die so richtig heftig lesen können und sowas, ne? Okay, und jetzt, da kommt irgendwie so... Müssen wir durchgehen, jetzt hier den Pfeilen folgen. Oh, ich bin gleich hinter dir, Kasper. Oh, lauf! Falsche Richtung! Die kommt, die kommt! Sie ist hinter mir! Lauf! Sie ist immer noch hinter mir, oder? Sie ist immer noch hinter mir? Oh mein Gott, ich mag das gar nicht! Sie ist echt schnell! Ich mag das nicht! No, links, links, leg mich! Nein, 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 sie hilft nicht, sie hilft nicht! Ja, ich habe den richtigen Weg! Ja, sehr gut! Sie ist immer noch hinter mir, oder? Oh, da kommt sie. Weil, sie kommt da. Hier lang. Da lang. Oh nein. Da lang, da lang. Hier, Endstufe, Endstufe. Zu den Ketten. Zu den Ketten. Oh, die will ich essen. Kasper, sie will ich essen. Ja, ich hab's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so knapp gerade. Das ist ein altes Buch gerade. Zeig mal, wo ist hier noch ein Buch? Ey, die hat uns fast geholt. Ey, das war so. Oh nein. Nein. Okay, warte mal. Wo muss ich denn jetzt? Warte mal, ich muss jetzt hier einmal runter gehen. Ach, Mann, ey, ich geh schon wieder drauf. Ehrlich, schon wieder? Ja, ich bin ausgerutscht auf der Bananenschale oder sowas. Oh mein Gott, hier sind so Rohre. Ich hab mir jetzt erstmal hier, ja, das sechste Buch geholt. Das geheime Buch also. Okay, bin ich mal gespannt. Hier lang. Ich glaub, oder? Musst man doch anders? Oh, da ist eine Tür. Oh, hier. Wo findet... Was hast du denn da für eine Tür gefunden? Zeig mal. Kann ich hier reingehen? Ich krieg's hier aber nicht auf. Vielleicht müssen wir da zurückkommen, wenn wir die ganzen zehn Bücher haben. Ah, das kann sein, ne? Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Das kann sein, dass das das ist. Okay, krass. Machen wir am Ende. Genau, ich geh jetzt mal wieder ganz hoch. Mhm. Oh, hier drauf. Das war ein schwerer Sprung am Ende. Wie viele Bücher hast du jetzt schon? Nein! Ach, Mann, ich fall runter direkt, ey. Okay, optimal. Das hast du sehr gut gemacht. So, lass jetzt hier weiter gehen. Alter. Oh mein Gott, was ist jetzt hier? Ein Schalter! Ein Kippschalter! Ein Schalter um... Da, jetzt geht die Tür auf! Jetzt ist das so... Lol, gar nicht mit den Büchern. Ah, sehr gut. Oder vielleicht, weil wir schon mehr als fünf Bücher haben oder so. Könnte auch gut sein, ne? Ja, stimmt. Hier lang. Okay. Oh mein Gott! Wo geht denn das jetzt hin? Hä? Oh mein Gott! Wir können hochklettern, ne? Wow! Nein! Mach das nicht! Mach das bloß nicht! Kletter nicht hoch! Wow! Okay, ja, ja. Ich weiß, es ist schon ganz... Kletter nicht hoch, klletter nicht hoch. Dann war es das mit dir. Okay, warte mal. Ich geh jetzt hier zur Tür. Ich schau jetzt ab. Zu geheimnisvollen Tür. Ich bin gespannt, was dahinter ist. Ja, bestimmt irgendwelche krassen Sachen, muss ich sagen. Ist auch da? Ja, okay. Okay, soll Abflug. Okay, ich bin durch die Tür. Nein! Ja, ich auch. Was ist jetzt? Oh nein! Ich sag, es ist rechts. Nein! Mann, ey. Oh Mann, oh nein! Ich bin auch draufgegangen. Oh Mann! Wo line jetzt? Rechts. Rechts. Safe rechts sagen, oder? Ich würde dich auch sagen. Oh mein Gott! Mann, ey! Oh Mann, ey! Ja, rein! Ich hab mich geopfert, fürs Team! Ja, wo muss ich jetzt lang, ne? Hä, du hast es geschafft schon? Oh mein Gott, ich bin grad fast aufgespießt worden. Hier lang? Oh Mann, ey! Kann doch nicht sein, ey! Du, Asi, gibst mir auch keinen Tipp hier! Du hättest rechts springen müssen! Wie seht ihr unkorrekt bist du? Hier, hier... Hä? Jetzt weiß ich den Weg gar nicht mehr! Ja, was jetzt? Links und rechts. Und jetzt rechts. Oh mein Gott! Oh mein Gott, pass auf! Alter! Hier ist ein Buch versteckt. Oh, oh, nein! Nein! Nein, das Riesenschwert! Ja, ich weiß, ob ihr es trotzdem ein Checkpoint gerade bekommen. Lauf! Lauf! Ich hab's! Oh mein Gott, ich bin schon durchgegangen hier. Ich hab's jetzt auch jetzt hier. Hm, sehr gut. Hier bist du durch die Tür durch, oder wo bist du durch? Ja, einfach durch die Tür und jetzt ist hier einfach auch wieder... Das ist so ein versteckter Bereich von der Bibliothek. Oh mein Gott! Das ist der Streberbereich. Das sieht ja groß aus. Das ist ja fast wie bei Harry Potter jetzt hier gerade. Das ist so, das ist der Streberbereich. Echt voll der krasse Streberbereich. Warte mal, kann man hier über die Totenköpfe rüber? Hier, ich hole mir ja erstmal jetzt noch... Oh mein Gott, mir fehlt nur noch ein Buch, dann hab ich alle, ne? Als ob du denn alle Bücher hast. Ich hab dann alle Bücher einfach schon aufgefangen. Ey, warte mal. Okay, wo jetzt lang? Meinst du hier vorne? Meinst du da durch? Siehst du, das ist ein Stern. Ja, das ist kein Stern, das ist ein Loch. Oh mein Gott, das geht hier durch. Guck mal. Fall Damage. Fall Damage. Falschaden. Okay, dann jetzt hier drauf. Wo jetzt hin? Hier hin. Ach unten, ne? Oh mein Gott. Du musst hier immer wieder... Wow! Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh mein Gott. Hast du schon ein Checkpoint unten? Ja, hab ich. Oh mein Gott. Oben war das letzte Buch. Nein, mach kein... Oh mein Gott, nein. Du, oben war das letzte Buch. Nein, mach nicht diesen mit mir. Ich hab auch neun von zehn. Ey, mach jetzt nicht diesen, oder? Ja, dann, siehst du das oben glitzern? Oben rechts. Ich seh oben links. Hä? Nee, ich seh's nicht. Ach da. Ey, du bist so ein Assi. Ey, wie kann man so... Hashtag Unkorrekt in die Kommentare. Guck mal nicht. Natürlich, wie kann man so... Ey, gönnt mir nicht das letzte Buch. Du bist zu schnell runtergesprungen, du wolltest nur... Digga, du bist so unkorrekt, wirklich, Digga. Jetzt hab ich einmal was, wo ich denke, wir haben an einem Einbruch mehr als du. Und dann hab ich... Höh? Lauf! Sie kam... Wow! Sie wurde überfahren! Ey, was? Ey, wir sind entkommen und wir wissen jetzt immer noch nicht, was mit den Büchern ist. Oh! Babra, die sieben! Ja! Nein! Gewonnen! Let's go! Mano! Hey! Was geht ab, Rozzo? Hallo! Ey, wir müssten irgendwie entkommen heute oder so. Guck mal, hier, der sagt irgendwas. Lola, hallo? Lola? Lola? Wieso? Was sagt Lola denn? Sie sagt, hier sind irgendwelche Escape Rooms. Okay. Und wir sollen da rauskommen? Ach, guck mal. Wir können hier einmal Singleplayer spielen oder einmal den Multiplayer. Okay, okay, pass auf, pass auf. Welches Map wollen wir? Einmal auf die Insel oder ins Labor? Weil links steht, wenn wir zum Beispiel der Insel entkommen sollen, das kommt erst bald. Das heißt, Caspar, wenn wir noch einen zweiten Part sehen wollen, können wir jetzt schon mal reingehen. Ja, Like da lassen. Dann müssen wir jetzt einen Like da lassen, damit wir den zweiten Part machen. Oha! Guck dir mal diesen Raum an, bitte. Was für ein Labor sind wir denn da gelandet? Das sieht ja mal anders krass aus. Okay, und hier müssen wir irgendwie rauskommen jetzt? Okay, also wir müssen jetzt irgendwie probieren, den Räumen zu entkommen. Okay, guck mal, wir haben nur 15 Minuten Zeit. Oh Gott. Oh, stimmt. Oh nein, nur 15 Minuten. Äh, warte mal, was steht hier? Das erste Experiment ist gut gelaufen und es sieht so aus, als würde es ein Ergebnis im Drawer geben. Was nennt nochmal der Drawer? Ich glaube so eine Schublade oder... Okay. Entweder Schublade oder... Doch, es müsste eigentlich so eine Schublade sein. Ja, dann müsste... Ach, dann wäre es gut. Hier, hier, hier. Ah, eine Notiz. Ein grüner Schlüssel. Ich habe ihn. Okay, Test 1 gut. Das neue Element wurde bestätigt. Test 2, das Element, was steht da? Das Element verschwindet. Ist verschwunden, aber wir wissen nicht, wo. Okay, ich habe jetzt einen grünen Schlüssel. Meinst du, den kann ich hier irgendwo reinstecken? Ähm, gute Frage. Also hier ist Error. Also hier sind auch so Codes und sowas. Ich habe hier einen Feuerlöscher. Ja, der ist da. Warte mal. Hier steht 4 und nach oben. 4 nach oben. Und hier ist auch eine grüne 4, ne? Ja, stimmt. Okay, warte. Was passiert, kann man hier... Oh Gott! Ich habe das aufgedrückt. Ich habe das aufgedrückt. Oh oh. War das jetzt schon? Oh Gott. Hast du gemacht? Du hast es kaputt gemacht. Nein, war das jetzt fein? Oh verdammt. Ey, Mann. Och, Menno. Jetzt wird es einfach explodiert. Oh nein, Hilfe. Oh Gott! Oh Gott! Oh nein, der war schnell, schnell, schnell. Du hast es einfach kaputt gemacht, Kaspar. Aber da liegt ein Schlüssel. Da liegt ein Schlüssel. Wie, da liegt ein Schlüssel? Hier, ein verbrannter Schlüssel. Kriegst du den nehmen? Ja, ich habe den... Oh, mach auf. Oh mein Gott, das war wichtig. Hä? Hä, guck mal. Okay, okay, warte mal. Wir sind schon in einem neuen Raum. Denk doch, wir haben immer fünf Minuten Zeit. Hier sind zwei Codes. Hier, guck mal. Hast du einen grünen Schlüssel oder nicht? Ja, habe ich. Wieso? Ja, mach auf das Buch. Und? Nee, ach, meiner ist irgendwie leicht. Das ist ein anderes Grün, ey. Das ist kein grünes. Ist auf, ist auf. Guck mal, hier stehen so Buchstaben mit Zahlen. A3, B5, C6, B8. Hier, okay, ich habe den Code, glaube ich. Wir sollen hier einen Code eingeben. Warte mal. Hast du den Code? Also, hier steht ja A, E, H, B an der Seite. Das heißt, gib mal folgendes ein, okay? Gib mal am Numpad folgendes ein. Okay. Drei. Ja. Dann sechs. Ja. Dann sieben. Ja. Und dann fünf. Fünf. Und? Ja! Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wir müssen das hier noch... Hä? Hä? Oh mein Gott. Geheimgang. Was passiert dir gerade? Oh mein Gott, ich habe es einfach richtig geraten. Okay, das war krass. Aber guck mal hier. Okay, das war echt gut. Was sollen wir hier machen? Was ist das denn jetzt? Oh, warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Ich weiß, ich weiß, wie wir gucken müssen. Okay, wie denn? Mach mal den ersten nach unten. Den ganz links mache ich mal nach... Oh, so. Okay, ja. Unten, ne? Ja, habe ich. Den vierten machst du nach oben. Ja, habe ich. Und dann machst du noch den dritten nach unten. Habe ich, ja. Und warte. Steht da irgendwo was? Und den zweiten nach oben. Den zweiten nach oben. Okay, habe ich. Und jetzt, bam. Oh, es lädt. Oh, es geht. Oh, Error. Was? Hast du alles so gemacht, wie ich gesagt habe? Ja, genau. Oder meinst du... Also genau, es gibt ja nur oben und unten. Also... Wie soll das denn da sein, da? Wo siehst du das denn? Also unten ist halt unten das, ne? Eins ist unten. Hier, siehst du? Ja. Eins ist unten. Ah, lol. Ach, da muss man wieder zurück in den anderen Raum. Vier ist oben. Ja. Aber hier ist auch noch ein Code, ne? Warte mal, vielleicht kriegen wir den noch gelöst. Äh, warte, was ist das hier für eine Maschine? Da kannst du doch bestimmt irgendwas dran machen, oder nicht? Kann man sich eigentlich diese Zaubertrinke nehmen in die Hand? Nee, ne? Nee, leider nicht. Drei nach unten, habe ich. Ja, okay. Komisch. Vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen oder sowas. Vielleicht hier irgendwo hier in der Ecke. Hier muss... Vielleicht kommt auch der... Vielleicht kommt der auch noch. Weißt du, weil ich müsste jetzt noch was anderes lösen oder so. Ja, warte, vielleicht... Also, ich glaube, wir müssen ja hier irgendwie an so eine Schlüssel kommen. Und das Ding ist, ich frage mich gerade, wozu auch diese... Okay, pass auf. Ich habe bunte... Reagenz hier. Ich habe bunte Zahlen, habe ich. Also, was könnten wir mit bunten Zahlen machen? Stimmt, stimmt, stimmt. Mensch, das ist doch hier. Mensch, das ist doch rot und so. Guck mal, die Reihenfolge da oben. Blau, Rot, Grün, Schwarz. Das ist die Reihenfolge von den Zahlen. Ach so, stimmt. Okay, pass auf, ich sage es dir. Ich diktiere dir. Okay, okay. Also, was kommt als erstes? Blau? Blau muss als erstes kommen. Okay, Blau ist zwei. Okay. Als zweites kommt es rot. Rot ist sieben. Sieben. Ja, was dann? Grün. Grün ist vier. Und Schwarz ist... Wo ist die schwarze letzte Zahl? Unten, glaube ich. Unten, ich gucke mal nach. Warte. Okay, komm, wir gucken mal. Und Schwarz ist... Nee, doch, nee. Mann, du hast hier ein Hebel vergessen. Der steht hier unten. Weil da oben in der Ecke ist noch eine Eins. Warte kurz. Okay. Hast du die schwarze Eins eingegeben? Bamm. Und, was passiert? Er gibt mir einen roten Schlüssel. Oh, und für die Tür, für die Tür hier. Um hier rauszukommen. Ja, aber unten hast du den Hebel, hast du gerade gesagt. Genau, genau. Da haben wir ein Hebel. Und zwar der ganz rechte muss noch nach oben. Das Schild dafür steht hier in der Ecke. Oh, eine Ecke. Der hier muss nach oben. Und jetzt Submit. Und? Ehrlich? Hier oben, siehst du das nicht? Hier, Hebel Nummer 5 nach oben. Ach, den hab ich gar nicht gesehen. Ach, Sack, Sass! Okay. Es geht auf. Was geht auf? Hier geht's auf. Aber wir können auch noch durch die Tür gehen, ne? Aber dafür brauchen wir zwei Schlüssel für die Tür. Einen blauen und einen roten. Dann mach ich schon mal den roten auf, dann hab ich Platz. Dann mach ich schon mal auf. Ich glaube, dann kommen wir später raus aus dem Raum. Mit dem Schloss. Ja, ja, das glaub ich auch. Guck mal, jetzt mach ich hier einmal schon mal. Genau, zack. Oh, okay. Nur noch ein Schloss fehlt. Ja, ja, das sollten wir eigentlich hinbekommen, ne? Ja, eigentlich easy. Oh Gott, das ist ein Jump'n'Run, glaub ich. Äh, oh Gott. Da drüben liegt der Blaue, pass auf. Oh, pass auf. Du musst richtig fort. Ah! Ah! Ja, ich kann wieder hochklettern. Okay, ich hab's, ich hab's. Ich dachte gerade. Oh, hier ist doch so ein Brötchen. Ich hab ein Brötchen dabei. Komm mal, hier gibt's ne Brezel. Okay, komm, Abflug zurück. Ich will mir auch das Brötchen holen. Könntest du das essen? Warte mal, ich esse auch mal. Ja, ich weiß nicht, was mir da... Das kann vielleicht in diese Maschine rein. Stimmt, warte mal, lass mal ganz was ausprobieren. Okay, komm. Ob wir das Brot irgendwo reinpacken müssen. Mann, du hast einmal das Ding kaputt gemacht. Ja, was kaputt gemacht? Ja, das eine Ding kaputt gemacht. Ja, aus Versehen, aber das war anscheinend richtig. Guck mal, hier, das sieht doch aus wie ein Backofen, oder nicht? Ja, das ist doch, glaube ich, ein Backofen. Mach mal rein. Geht das? Oh, oh! Oh, oh Gott. Was passiert jetzt? Weiß ich auch nicht. Verbrennt's jetzt? Und hier ist einfach nur Licht? Es brennt jetzt, ne? Brennt es gerade? Wird's fertig? Was sind das hier für Knöpfe, frage ich mich eigentlich. Stimmt, ne? Kann man die drücken? Rote Knöpfe oder sowas. Aber kann ich das rausnehmen? Ist es jetzt fertig? Das ist, glaube ich, ja, Brand schon. Ähm, okay, können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, es muss eigentlich bald fertig sein, oder nicht? Also, ich weiß, ich glaube, das kannst du nicht mehr rausnehmen, weil mein Boot ist auch verschonten, als du da ins reingepackt hast. Hä, aber dann solltest du da drin das Backen, oder wie lange soll man das da drin haben? Guck mal, es brennt halt noch, ne? Ich glaube, das braucht irgendwie das Labor als Ofen oder so, als Hitzquelle oder sowas. Na gut, okay, dann haben wir es jetzt auf jeden Fall schon mal als Hitzquelle. Ich frage mich jetzt auf jeden Fall, wofür die Knöpfe sind, lass uns mal die nächste Tür aufmachen. Ja, let's go. Nämlich auch nur noch 8 Minuten. Okay, schnell aufmachen hier. Und bam. So, mach auf hier. Oh, das ist ja richtig hell da hinten. Wo geht das denn? Das kann ich, das traue ich mich nicht. Warte mal, vielleicht mit dem Feuerlöscher mal ein bisschen in die Richtung sprühen. Genau, sprühen wir ein bisschen in die Richtung damit. Ah, da kommt der, ah der scheint leer zu sein. Hat den ja mal schon leer gemacht, du das riesen. Mann, du hast die kaputt gemacht. Mann, das war halt gar nicht mit Absicht, aber vielleicht finden wir hier noch unter den Trümmern irgendwas Wichtiges. Hier, guck mal, hier ist eine Rolle. Ich will mein Brot wiederhaben. Oh, oh. Warte mal. Ich will mein Brot wiederhaben. Wir können auch hier zum Beispiel, wollen wir hier so einen Tipp bekommen. Drück mal drauf, vielleicht brauchen wir noch einen irgendwie. Okay, ich habe drauf gedrückt. Ja, braucht ihr jetzt irgendwas? Siehst du irgendwas? Muss ich auch drauf drücken? Ich weiß gar nicht. Ja, nee, Hinweis kaufen kann ich nur. Nee, das wollen wir ja nicht. Warte, ich kaufe den mal ganz kurz. Okay, guck mal. Mal gucken, was dann, was da kommt, wenn ich jetzt einen Hinweis gekauft habe. Hier irgendwas? Oh Gott. Ich habe ihn jetzt gekauft, der ist aktiv. Ja, ich habe ihn jetzt gekauft. Ja. Okay, aber was heißt hier, der Hinweis ist aktiv? Also, jetzt drück noch mal, kannst du noch mal draufdrücken auf den Knopf? Ah, nee, da steht schon was. Ich kann nur noch machen, nicht ready. Ja, okay. Dann müssen wir vielleicht doch durch die Tür gehen. Das kann sein. Also, vielleicht, ja gut, komm. Lass mal durch die Tür gehen. Mal gucken, was passiert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Wir sind raus. Oh mein Gott, wir haben es einfach aus dem Labor rausgeschafft. Ey, aber auch noch in einer richtig, richtig guten Zeit, ne? Alter, Weltrekord. Oh, Kasper, Alter. Wo sind wir denn? Man scheint in einer Zelle. Ich wollte mir gerade nur die Hände waschen. An sich diese ekligen Kakerlaken auf dem Boden. Alter, die ist auch 4000 mal rum. Guck mal hier. Ein Bild von Omi. Von deiner Oma. Guck mal. Alter, wie sieht die denn aus? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, warte mal, guck mal hier. Hier können wir was machen. Warte mal, lass mal hier raus, ne? Wir können auch zum Gefängnis ausbrechen, sagst du? Ja, ich lass mal versuchen. Lass mal hier dran ziehen. Komm an den Ding. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, oh mein Gott, das Ding ist in irgendeinem Gruselgefängnis gelandet. Okay, also das, also was heißt Gruselgefängnis? Hier sind Monster oder was? Ja, anscheinend ist es ja auf jeden Fall nichts, wie es in der normalen Omi so ist, ne? Oh, okay, okay, okay. Ich bin sehr gesp... Oh mein Gott. Es sieht auf jeden Fall alles auch richtig gruselig aus, muss ich sagen. Vor allem, ich sehe auch gerade, du hast hinten an deinem Ding, ist da so Blut dran. Oh ja, weil ich auch schon misshandelt wurde von irgendwelchen Bären hier. Oh Gott, was ist da unten? Oh, siehst du die Spikes? Oh nein, da steht Blut zurück. Was? Okay. Gehen wir da mal rein oder nicht, ist die Frage? Oh mein Gott, oh mein Gott, guck mal, der heißt Dummheit. Dann ist es wirklich auch eine Dummheit, da reinzugehen wahrscheinlich. Okay, warte mal, das ist ein doppeltes Zeichen. Ah, okay, okay. Der elektrische Stuhl, kennst du den? Nein, den kenne ich, ja. Wenn du nicht artig warst, wirst du drauf gefesselt und kriegst Schocks, Elektroschocks. Oh, okay. Was denn? Hast du das nicht gesehen? Ja, auch hinten in der Scheibe. Oh mein Gott, ja. Da war gerade was ganz Gruseliges. Da war gerade was ganz Gruseliges. Ich will nicht weiter. Ich will nicht weiter, müssen wir hier lang? Ich glaube, wir müssen echt da lang. Oh Gott, was hat die in der Scheibe da gemacht? Oh mein Gott, ist die gruselig gewesen. Lass mich hier ein bisschen weiter gucken. Oh, 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 oh. Okay, ähm. Oh, hier irgendwo. Hallo? Hallo? Wieso ist auch hier kein Werter? Da oben ist der Zeug? Oh, pass auf! Lauf, 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 lauf. Hoch, 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 hoch. Wo kommt der denn? Der kommt mit hoch, der kommt mit hoch. Nein, der hat mich. Aua. Oh, der hinter dir ist schon wieder da. Oh mein Gott, hoch, hoch, hoch. Jetzt aber weiter, komm, jetzt aber weiter. Lauf, 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 lauf. Wie durch? Es geht nicht. Ich fühle dir, es geht nicht. Ich versuche alles Mögliche. Ich versuche alles Mögliche. Nein! Man kam ja nicht durch. Ja, ich bin durchgekommen. Wieso bist du da durchgekommen? Ich kam da nicht durch. Ich muss da irgendwie reinkommen, Broxo. Es gibt hier keinen Weg. Wie soll ich da reinkommen? Los. Ja! Oh mein Gott. Du hast mich klein gemacht. Ja, du hast es aber auch so geschafft, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, es lag gerade, dass du mich klein gemacht hast, oder? Ah, du bist ja klein. Mach mich wieder groß. Ich weiß nicht wie. Mach mich wieder groß. Du bist doch voll klein. Hey. Ich kann mich selber schießen. Oh, die kann ich jetzt abschießen. Oh Gott. Ich glaube, du kannst damit gehen. Hä, wie soll ich ihn jetzt hier rühren? Ah, nein. Ich bin zu klein gewesen, Daph. Ja, aber es ist nicht schlimm. Ich habe ihn klein gemacht, den neben mir. Jetzt bin ich groß. Okay, 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 komm. Wir hauen ab. Lauf schnell. Also wirklich. Ah, nein. Mann, da musst du echt vorsichtige Sprünge machen, Broxy. Pass auf. Du musst hier den Hebel nämlich... Nein, nein, meine Waffe ist weg. Hebel, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Meine Waffe ist weg, Kaspar. Die kommt gleich wieder. Die kommt gleich wieder. Ich hatte gerade so viel... Ah, stimmt. Du hast recht. Okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut. Hör auf, jetzt hier die Leute klein zu machen. Hör auf, die Leute zu ärgern. Hier, ein Hebel. Ich mache an. Und? Ja. Oh. Oh mein Gott. Hör auf. Hey. Oh mein Gott. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Hier rüber und... Oh, das war schon ganz, ganz knapp. Oh. Gott, du bist doch echt ein Asi, sag mal. Haha. Wie soll ich das hier jetzt machen? Also wirklich du Asi. Du bist jetzt hier. Ich gehe jetzt hier nach oben. Komm, jetzt bitte. Okay, okay. Na gut. Au. Oh Gott. Na, ich bin da nicht so blöd. Ich kann hier mal ganz aufentspannt vorbeigehen. Ich bin jetzt gerade Elektro geschockt. Tja, weil du nicht aufpasst. Ah, okay. Ich bin oben. Ich bin oben, Brox. So, jetzt komm mal hoch hier. Toll, das ist sogar ein Vorteil, dass du klein bist. Ja, 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 ja. Ich gehe sogar noch höher. Alter. So, ich gehe jetzt auch gerade oben. Hihi. Hallo. Hallo. Ey, du bist doch richtig klein. Ich bin richtig klein. Oh nein. Oh nein. Was ist da? Oh nein. Oh nein. Hol ich den Minikasten. Was ist das denn hier? Oh Gott. Oh Gott. Zornigst du da sowas? Ja, ja. Ich habe mit Hüten zu hüten. Aber die haben sich ja noch nicht gehört oder so. Wow. Aua. Hey. Was war mit denen denn los? Sag mal. Kannst du die nicht schrumpfen? Ach. Nee, ich glaube nicht. Probier mal. Okay, geht nicht. Wir dürfen nicht so in deren Nähe kommen, Brox. Oh. Ach man, oh. Jetzt bin ich voll in die Nähe gekommen. Hat er die schon wieder geholt oder was? Ja. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich warte hier hinten. Oh Gott. Okay, ich muss da. Weiter. Vorsichtig. Hier ist so ein verrosteter Rollstuhl. Ich glaube es nicht. Wie verrosteter Rollstuhl? Hier ist so verrosteter Rollstühle, sag mal. Was soll das denn? Oh Gott, hier ist noch einer. Hier bist du, hier bist du. Komm her, komm her. Ja, ich komme. Okay, okay, sehr gut. Dann lass mal hier direkt weiter. Erstmal hier, dann hier die Sägen. Oh, ich habe es direkt. Alter, Junge, Junge, das war knapp. Oh, Mann. Oh, was soll das denn? Jetzt komm ran hier, sag mal. Als wenn du von den Spikes getroffen wirst. Ich wurde leider gerade echt von den Spikes getroffen. Ich dachte, du bist der Obby-King hier. Ja, bin ich jetzt auch. Pass auf. Guck. Okay, okay, komm, wir gehen weiter. Oh Gott, was steht da? Irgendwohin klettern. Hier. Ich höre ihn. Schrupp ihn bitte, wenn du ihn siehst. Nein. Hier ist er. Hilfe. Oh, nein. Er hat mich. Hat er dich auch? Oh, nein. Okay, wir müssen schnell anscheinend auf die... So, hier rein. Also, irgend so ein Seil. Müssen wir das Seil klettern. Aber wo ist das? Hier vorne lang? Ah. Oh Gott. Nein. 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 Er hat mich schon wieder. Mann, der ist so schnell. Wo ist das Seil jetzt? Ganz hinten durch, oder was? Ja, genau. Okay, okay. Hier, da ist so ein... Ich hab's. Ich bin safe. Ich hab's, Proxo. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, okay. Komm ran, komm ran. Komm ran, komm ran. Ja, endlich. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, okay. Was ist hier? Gefahr. Gefahr. Oh Gott, oh Gott. Oh. Pass auf, siehst du das da, was ich sehe? Die Skelette? Ja. Was sollen wir jetzt mit denen machen hier irgendwie? Hier am besten nicht berühren, oder so? Oh, doch, wir können die berühren, alles gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay, okay, okay. Okay, ich hab's, ich hab's. Die hauen nicht wahrscheinlich einfach nur runter, so. Ja, ja, ich glaub, die hauen nicht runter, oder sollen nicht ablenken, oder sowas. So, vorsichtig, ich klette mir das von ganz... Ja. Oh, das war knapp. Hast du gerade gelacht? Ja. Hey! Mann. Du Aski. Du kommst raus aus der Tür. Ja, geht nicht, ich bin zu schwach. Mach auf. Mach auf. Ja, ja. So, danke. Okay, okay, okay. Ja, dafür bin ich schon ganz unten. Okay, okay. Dann können wir doch mal raus. Ach, Mann, also wirklich, als kleiner Mensch hast du echt nicht ein... Hey! Ich bin hier hinten noch gewangen. So, okay, okay, dann komm, Baby, Kaspar. Dann... Boah, guck mal hier, die Spülmaschinen, die Waschmaschinen. Warte mal, da steht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Click for tap. Hä? Ah, da sollst du drücken, um so ein Ding zu bekommen, ne? So ein Teil, aber ich glaub, das war nur... Was ist hier denn? Ach so, du sagst, um was... Ne? Ah, guck mal! Ich hab einen Helm auf! Was? Ich geh jetzt runter in die Mine. Aber ich hab noch mehr von diesen... Alter, ich bin dafür zu klein einfach. Mach mich wieder groß! Mach mich wieder groß! Okay, ich darf nicht auf die X klicken, oder was? Ich darf nicht auf die X heftig durch. Ja, ich darf nicht auf die X klicken. Obwohl, du musst auf die X klicken. Muss man nicht. Du Lügner, Alter, du Assi! Du Assi, da wollte er mir nicht gönnen. Oh mein Gott, hier lang, hier lang. Ey! Was geht? Hey, guck mal, komm jetzt. Okay. Hier ist der Weg nach draußen, Kaspar. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm. Jawohl. Sind wir schon draußen? Oh, wir müssen uns hier anscheinend auf die Dings gehen. Okay, irgendwo sollen wir rein? Oh Gott! Da ist er, da ist er! Nein. Oh Gott. Kaspar! Oh! Oh! Oh, nein! Der hat mich! Nein, Hilfe! Mann, der ist so stark immer. Ey, du hast gar keine Chance gegen den. Okay. Ja! Oh mein Gott, den Teleport, warum hat was gebracht? Ich konnte die einfach austricksen. Ja, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier rein? Nach oben, wo muss ich hin? Ja! Okay, okay, okay. Wo jetzt hin? Oh, hier. Hier Hebel nehmen. Okay, und jetzt hier aufmachen, jetzt hier raus. Ich kann ja sogar schon rausgehen. Oh Gott, der Sicherheitsraum ist rechts. Pass auf, das sind hier die ganz gefährlichen, ne? Gefangenen. Glaubst du, wir sind in so einem Hochsicherheitstrakt? Ja, 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 ja. Okay, wir sollen einen Schalter nur... Oh Gott, oh Gott! Wir sollen immer nur einen Schalter nehmen, Brock. So, ich nehme den hier. Ah! Such du einen aus. Verdammt! Es ist dieser hier! Ja! Oder? Wie? Ja! Nein! Was? Toll! Super Schalter! Was war das für ein Schalter? Ich sag dir nicht, welcher das war. Ich sag dir nicht, welcher das war. Also echt richtig gut. Also wirklich! Da drückst du direkt noch auf den gleichen drauf. Das war doch nicht das gleiche. Natürlich! Ja! Ist irgendwas auf? Hier ist irgendwas auf! Ja! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Aber wo müssen wir jetzt hin? Ey, Alter, das ist so asozial, ne? Das ist so asozial. Hier, guck mal, was liegt denn hier? Hier ist unsere Zelle! Loin, mit dem Bild von deiner Oma! Oh nein, Kaspar, ich hab irgendwas gemacht. Nein! Was hast du gemacht? Nein, ich hab irgendwas aufgesammelt. Aufgesammelt? Hier? Sammel es nicht auf! Ich... Ah! Wieso? Was will er machen, hä? Ich drück's hin aus! Nein! Au! Nein! Ich dachte, ich bin zu klein, könnte er durch die Gitterstäbe. Ich hab mich aber... Ich glaub, wenn wir das aufsammeln... Da. Ja. Okay, wir brauchen diese Schlüsselkarte sowieso. Okay, dann sammeln die mal auf. Dann hast du die aufsammeln, dann müssen wir halt direkt abhauen, ne? Wir müssen dann direkt los. Er ist so nah. Er ist wirklich so nah. Oh mein Gott! Ja, ich hab's! Oh mein Gott, er verfolgt mich noch weiter! Hier ist alles voller Scheiße! Ist doch... Ekelhaft! Ekelhaft! Hier geht's direkt zur Kantine! Okay, komm! Okay, pass auf! Ab geht's zur Kantine! Zum Hobbygucken! Alles! Als wenn du auch drauf gehst! Du Assi! Oh mein Gott, das kostet richtig Spaß! Ich hab's grad bis hier durchgeschafft! Ich weiß, ich hab extra geguckt! Oh mein Gott, schade! Okay, oh nein! Was ist denn hier? Sag mal, hör auf! Hörst du auch... Ey, also wirklich, dass du mich immer klein machen musst, ne? Hä? Was ist jetzt hier? Hörst du auch das weinende Mädchen? Ja. Iiii! Oh nein, er ist hinter uns! Er ist hinter uns! Was? Ah! Hey, ich bin viel zu klein dafür! Au! Mann, ich bin immer so klein! Lauf, 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 lauf! Ah! Nein! Oh Gott, war's knapp! Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Schaff' dich nicht! Die ist immer noch hinter mir! Oh Gott, um was! Die Falltür ist zugegangen hinter mir, Brock, so! Wie die Falltür! Oh mein Gott, ich glaub, aber für dich ist die noch offen, du musst da durchkommen jetzt, sofort! War doch mal einsam, Zeit hier, sag mal! Hier, wir müssen die Falle benutzen! Mhm, ja! Machen wir jetzt! Oh, also wirklich, was ist das denn für eine Falle? Also, warum läuft denn dagegen? Ja, weil die es bei mir noch nicht an war! Aber ich glaube, wir müssen die Falle erst gleich benutzen, um irgendwie zu holen, glaub ich! Okay, also das ist... Lass mal hier durchgehen! Ah, und jetzt jemanden locken, oder was? Ja, da kommt der, da kommt der! Oh Gott, er kommt! Okay! Okay! Ich mach ran! Na, komm doch, du Blöder! Ja! Ja! Wir haben ihn geholt, sehr schön! Sehr gut! Alter! Nee, 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 hier unten runter, hier unten runter! Ja, hier ist der, hier kann man... Ja, hier können wir raus! Ja! Komm, hier kommt ein Wagen! Da, der Zug, komm! Der Zug! Rein hier! Und! Tschüss! Also wirklich! Abfu! Proxo, wir haben es raus geschafft! Hey! Hey! Ich bin auf die Gleise gefallen! Ah, du bist rausgefallen! Ich konnte gar nicht damit fahren, weil ich so klein war! Ich bin immer weggepackt! Ist so! Ich bin auch rausgefallen! Ja, selbst schuld! Noi! Haha! Tschüss! Du Blöder! Hau rein! Nein! Ich bin auch rausgefallen, willst du, hä? Nein! Lass mich! Lass mich! Hör auf, ob ich zu sch... Oh Gott! Nein! Nein! Kleiner Baby, Kasper! Nein! Ich will überleben! Ich will überleben! Ich will überleben! Hä? Hä? Wo lang? Was ist denn? Diese Fähigkeit, der Zug so langsam! Nein, siehst du, was ich sehe? Wo geht's denn? Oh nein! 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 Ey! Hä? Hey! Guck mal! Sag mal! Was ist das denn? Guck mal hinten! Ja! Ist es das Ziel hier vorne? Ja, das ist das Ziel! Was? Ich habe es geschafft, Kasper! Ja! Wir sind in Commonbrox! Sehr schön! Auch wenn ich so mini bin hier, sag mal, du Assi! Freunde, das waren die fünf gruseligsten Obbys in ganz Roblox! Ich hoffe, euch hat es gefallen beim Zuschauen! Wenn ja, dann lasst mir ein Like und noch ein Abo da! Was soll ich als nächstes machen in Roblox? Schreibt es mir in die Kommentare! Schreibt eins von den anderen Videos aus! Wir sehen uns in das nächste Video! Bis dann! Ciao, ciao!